You and I till the end, don't need to pretend again and again, we'll stick together, everything is alright, with you by my side. Ich bin heute nicht alleine im Egerpark, nein, ich habe meine beiden Kinder Jonathan und Amalia mit dabei, denn wir wollen euch zeigen, die fünf schönsten Orte, wo man mit Kindern schön die Zeit verbringen kann. Erste Station ganz klar für meine Kinder ist der Kika-Pavillon. Ob Bernd das Brot oder Kikaninchen, meine Kinder sind absolute Fans. Jonathan ist vier, Amalia ist zwei, Amalia kann mit Kikaninchen schon was anfangen und auch der Jonathan liebt dieses kleine blaue Häschen. Also ganz klar Nummer zwei, die riesengroße Wiese. Hier kann man Fußball spielen oder wie der Jonathan mit Seifenblasen spielen. Man kann Volleyball spielen, man kann sich aber auch einfach nur hinlegen. Was ich komplett empfehlen kann, gerade als Mama mit zwei Kindern, ist dieser Bollerwagen. Den bekommt ihr vorne an der Kasse, da wo auch der Shop drin ist, für 33 Euro. Drei Euro kostet das generell, das auszuleihen und 30 Euro ist die Pfand, ist der Pfand. Den bekommt ihr natürlich wieder, wenn ihr den Bollerwagen wieder zurückgebracht habt. Wie findet ihr diesen Bollerwagen? Cool. Der ist cool, ne? Hier kann man drin essen, trinken und einfach mal ein bisschen chillen. Das Schöne hier im Liliengarten ist dieses Wasserspiel. Auf insgesamt neun Knöpfen können die Kinder auch schon mit zwei Jahren draufdrücken. Und wenn ihr euch mal dreht, seht ihr dann, wie schön meine Kinder das Wasserspiel beherrschen. Und ich natürlich auch. Ein absolutes Highlight für Kinder, finde ich, ist im Egerpark der Bauernhof und ich zeige euch jetzt mal, warum. Das ist toll. Wer nicht das Glück hat, auf dem Land zu leben, der muss unbedingt hierher kommen, in den Egerpark, hier im Bauernhof. Hier gibt es Kaninchen, Meerschweinchen, Ziegen, Schafe und Ponys und Esel. Also für jeden was dabei. Es ist sehr klein, man kann schön rumlaufen, die Kinder können freilaufen, die Tiere sind an die Menschen gewohnt. Das heißt, man kann sie nicht erschrecken und sogar meine kleinen Räuber können die Ziegen streicheln. Auf dem Spielplatz, das ist natürlich das Highlight für jedes Kind ab 0 Jahren. Hier kann man rumkrabbeln, hier kann man rumrennen und Amalia liebt es zu schaukeln. Und der Jonathan, ja, wo ist der eigentlich? Ich glaube, der ist beim Wasserspielplatz, den gibt es hier nämlich auch. Gerade im Sommer wunderschön, einfach Badehose anziehen oder eine Schwimmwindel und einfach die Kinder spielen lassen, planschen lassen. Und auch als Mama ist es hier sehr schön, man kann sich hinsetzen, einen Kaffee holen, da vorne im Pavillon. Ja, ein wunderschöner Platz, der Spielplatz im Egerpark. Und es würde ich nicht so weit sein, ohne dich. Wir haben jetzt so viele stupid Dinge.